hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft badwars mit mir dem torben wir spielen heute auf der map deiner größe 4x3 die mag ich eigentlich nicht so aber habe ich schon ewig nicht mehr gespielt deswegen haue ich die auch noch mal raus hier ja tobi ist wieder zurück aus im urlaub und florin natürlich auch deswegen bald gibt es hier eine folge zu dritt badwars endlich nach so langer zeit wieder dann nehmen tobi und ich natürlich auch noch arg auf und sonst erstmal nichts aber ihr könnt euch schon mal auf die folge zu dritt freuen und auf liebe leute ich habe mega bock auf tobi und ich nehmen das ja gleich auf habe ich schon in der letzten folge erwähnt ich nehme die jetzt auch direkt hintereinander auf deswegen wundert euch nicht warum ich genau das gleiche andere wie in der letzten folge also wie gestern ich nehme die halt einfach direkt hintereinander auf habe ich jetzt auch erwähnt reicht dann auch torben wir haben eine der sich mal wieder für den king hält dabei aber verkackt deswegen ist es nicht gut und ja das macht mich ein bisschen traurig weil dann lieber ganz normal bauen er schreibt auch sorry deswegen dann ist okay liebe leute dann ist es okay so zack i am ready i did my work jetzt müsste natürlich hier einer übernehmen macht keiner ob das so geil ist i don't know i don't know that zack okay dann baue ich den weg halt mal alleine fertig das macht mir auch gar nichts sind wir natürlich kein stückchen langsamer ist die recht zum beispiel die haben sich auch noch gar nicht hoch gebaut würde ich sagen wir auch noch nicht aber das ja ok so brauchen wir wenigstens ein bisschen hoch so ist es ganz geil habe ich ja mal von flo gelernt weil man so immer rennen quasi da hoch laufen kann und keine langweilige treppe hat sowie alle anderen teams so wen müssen wir jetzt hier ok hat nicht funktioniert hat nicht funktioniert nein 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 ich habe den weg auch schon zu weit gebaut tatsächlich direkt schon in die mitte rein das ist quasi nur eine einladung da drauf zu springen und uns zu raschen aber wir hoffen einfach mal dass keiner auf diese schnuckelige idee kommt okay was macht team grün da rennt zurück nach hause allerdings das tut es danke die einladung nehme ich natürlich gerne an er muss einfach so richtig bitte was und sie sind auch nur noch zu zweit ich hoffe ich komme sie durch ich komme sie durch leute sehr gut so läuft es doch so kann es weitergehen liebe leute achtung ich hoffe die kriegen den nein kriegen sie nicht die 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 ich fasse es nicht warum habe ich das jetzt gemacht warum mache ich mir zuerst rüstung eigentlich ist erst ein schwert praktischer oder damit ich mich dann schon mal wehren kann falls jemand kommt so da das gefühl nee ich bin noch gar nicht alleine ich habe irgendwo noch einen gelben freund ich weiß aber nicht wo naja vielleicht findet man sich noch mal vielleicht auch nicht das wird schade weil das gefühl alleine zu sein kenne ich tatsächlich schon aus der letzten folge ist kein highlight würde ich sagen so wir lassen also den rest erstmal die anderen teams machen da kommt ein grüner boy und komm her trau dich du wirst sonst getötet wenn du nicht hierhin kommst glaube ich aber hier ist dann auch getötet und jetzt habe ich nämlich sogar noch einen bogen mit dem ich dich begrüßen kann überraschung ja jetzt guckst du ne ja guck weiter oh man schieß ich gerade kacke ich glaube das aber auch ein bisschen verwirrt deswegen so schön wäre es nicht wenn der gekommen wäre er ist tot er hat das spiel verlassen blau schießt auf mich wo ist mein gelber der ist in der base ich kann zu meinem gelben mit war powder ich bin klug warte gelber ich komme ich nehme noch das gold mit und das eisen und dann bin ich bei dir so der wird sich bestimmt freuen mich zu sehen so jetzt sind wir wieder verein das ist doch schon mal ein vorteil zack dann holen wir uns erstmal steak weil mit den äpfeln hier das gefällt mir gar nicht ich hoffe rot und blau besiegen sich zuerst selbst das wäre nice ich glaube ich wollte mir gerade kurz zeigen dass er einen bogen hat aber ich habe natürlich auch einen ok was tun wir jetzt liebe leute was tun wir jetzt sollen wir mal eine ganz alte taktik von mir anwenden ich glaube schon oder wir bauen uns mal ganz außenrum jetzt zu rot das ist eine ganz alte taktik habe ich schon öfter mal angewendet ich weiß nicht ob ihr sie kennt wenn ja dann kennt ihr sie wenn nicht dann kennt ihr sie nicht so ist das leben wir machen es einfach mal ich hoffe ich weiß ich leide hier nicht runter ging das nicht mal ja sie ist bei dem blog fest mich gegangen da wäre ich einfach verreckt so wir bauen uns einfach hier straight nach hinten lang und kommen dann von der seite zu team rot und guck mal ob wir da ein bisschen abräumen können ja vielleicht werde ich es hatten vielleicht nicht kommt auch an ob ich vergesse oder nicht bestimmt werde ich es kann also so ab und zu zwischendurch vielleicht mal wenn es ziemlich langweilig ist so ich würde sagen wir bauen uns zwei stacks nach hinten und können uns dann den weg lang bauen ein paar dritte ein paar dritte eine das mit eine eine Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß gerade gar nicht, wo Rot ist, ob die den töten, aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es von den Blöcken reicht, weil das sind meine letzten Stacks, die ich habe. Und wir sind halt noch echt weit von denen entfernt, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Mal gucken, ob das reicht. Ich bezweifle es eher. Wir haben jetzt noch ca. 100 Blöcke. Mal gucken. Mal gucken, liebe Leute. Das wird auf jeden Fall ordentlich knapp. Wobei, vielleicht habe ich es auch unterschätzt. Ich denke, wir kommen sogar hin. Mal gucken. Mal gucken, ob wir es dann hinkriegen. Das ist natürlich immer noch die größte Frage. Ich hoffe, einer ist jetzt auf jeden Fall zu Hause. Wir kommen leider auch nicht ganz von hinten, aber uns sollte eigentlich keiner bemerkt haben. Und dann hat man halt diesen riesen Überraschungsvorteil. So, mein Outer City macht mir gerade schon ein bisschen Angst, weil da steht verbleibende Aufnahmezeit nur noch 20 Minuten. Und die Folge könnte durchaus länger gehen. Also, ganz ehrlich, die könnte durchaus länger gehen. Habe ich jetzt gerade mich wiederholt ein bisschen, aber das ist okay. Das kann vorkommen. So, wir schaffen es auf jeden Fall. Und wenn wir Glück haben, sind die gerade alle in der Mitte oder machen sogar blau. Das heißt, komplett weit entfernt von ihrer eigenen Base. Ein Typ ist da. Und den überraschen wir gerade mal richtig. Okay, sehr gut. Und jetzt ab ans Bett. Liebe Freunde, da ist es. Und nun haben wir für den überraschenden Effekt des Jahres gesorgt. Dann wird sich jetzt schnell Warporder gekauft. Und direkt zurück nach Hause teleportiert. Zack. Obwohl, sollen wir zurück nach Hause? Ich weiß nicht. Ja, erstmal zurück zum Mate. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. So. There we are again. Damit haben wir es geschafft, Leute. Der Weg hat sich gelohnt. Wie immer eigentlich, wenn ich ihn mache, weil das schafft man eigentlich immer damit. Ja, so ging das, liebe Freunde. Das fand ich cool. Das fand ich cool. Das macht mir immer Spaß zu sehen, wenn ein Plan funktioniert. Vor allem, wenn er lange dauert. Dann ist das immer toll. Dann ist das immer toll. Okay, er will, glaube ich, da hinten hin. Das könnte jetzt ein Fehler sein. Komm, ein gezielter Schuss-Turm. Oh, er ging in... Wir gewonnen. Wir gewinnen, aber nicht wir gewonnen. So, pass auf. Wir bauen uns jetzt in die Mitte. Und dann halten wir die Mitte. Komm. Oh, fuck, es ist zu spät, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, jetzt ist es zu spät. Na, was macht er denn? Der bleibt hinter dem Baum stehen, irgendwie, ne? Er schießt auf mich. Goddammit, Goddammit. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung. Er schießt, er schießt, er schießt, er schießt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, versteck dich, mein Lieber. Ich muss dir mal kurz Deckung geben. Haben ihn direkt getroffen. Sehr schön. Gut. Das war wichtig. Seitdem wir so ein bisschen Rückendeckung geben. Okay, er ist wieder weg, Leute. Äh, Leute, sage ich. Er ist wieder weg, mein Lieber. Mein letzter verbleibender Partner hier. Komm mit mir mit. Folge mir in die Mitte. In die Midi. Komm, Mitte. Mitte. Zack, das muss jetzt schnell gehen. Tatsächlich. Wir sind in der Mitte, liebe Freunde. Das war mein Ziel. Weil, jetzt haben wir die Ausgangsposition, die in der letzten Folge der eine Typ hatte. Bei mir. Und, ähm, das ist wichtig. Das ist wichtig. So, da hinten steht er. Wie, Apfel? Ich hab Schweinefels. Achso. Ne, ne. Ähm, warte noch. Ja, alles klar. Noch. Er schreibt einfach okay. Ähm, wir müssen den irgendwie kriegen. Oh, oh, Destiny schreibt mir nur noch 6 Minuten. Oh, goddammit. Oh, goddammit. Gleich. Äh, ich schreib mir gar nichts. Äh, vielleicht krieg ich das hin. Weil, wir haben echt nicht mehr viel. Uh, uh, jetzt vielleicht hier. Komm, ein guter. Er schreibt nicht. Äh, er schreibt gleich. Ja, ein guter Einsatz von Sophies. Bitte. Bitte, 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 Sophies. Nein. Sie haben es nicht geschafft. Sie sind nicht da hingekommen. Wo sie hin sollten. Oh. Nein. Der Fall Damage, liebe Leute. Der Fall Damage. Ich fass es nicht. Och, das will ich nicht glauben. Ja, ich muss mich halt, ich muss halt was machen, wegen der Audacity-Aufnahmezeit. Und die ist jetzt jeden Moment zu Ende. Das heißt, ich habe ein Problem. Kann ich das hier so, ähm, löschen? Irgendwas, irgendwas. Komm schon. Äh, nee, das ist ja gar nicht auf der richtigen Festplatte. Oh, ganz mies, Leute. 133 Sekunden haben wir noch. Ähm. Ich muss ganz schnell handeln und irgendwas löschen. Videos. Äh, das kann weg. Weg damit. Papierkorb leeren. Oh, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich wieder Zeit. Jetzt sollte ich wieder Zeit haben. Ja, jetzt habe ich wieder, loo, was passiert jetzt hier? Hallo? Ah, jetzt sind wir wieder da. Sehr gut. Puh, es hat funktioniert. Alles klar. Mann, hätte ich das gemacht, dann hätten wir ja auch noch alle Zeit der Welt gehabt, um den hier zu besiegen. Ach, Gott dammit. So was ist doch bitter. Bitter, bitter. Aber, ich lasse jetzt, äh, jede Runde drin, tatsächlich. Halt, äh, habt ihr euch ja gewünscht. Und die war ja auch bisher ganz nice, nur dann musste ich halt am Ende handeln und dann... Hm. Schade. So. Passiert dir noch was? Macht ihr noch was? Also, wir packen hier auch wieder einen kleinen Zeitraffer rein, oder... Ne, ich cutte das einfach ganz. Ich cutte es einfach. So. Sie kämpfen, sie bekämpfen sich hier weiter. Und, äh, scheint, als hätte er ganz wenig Leben. Mein gelber Teammate hier. Wir beobachten das mal. Ich glaube, so wird das nichts, weil er steht hier relativ sicher. Ja. Ziemlich. Also, den kriegt der eigentlich keine Runde. Jetzt könnte man ihn... Ah, jetzt ist er direkt wieder in Sicherheit. Oh, das war's. Ah, schade. Oh, Mann, Mann, Mann. Trotzdem kriegst du einen GG. War trotzdem gut. Tut mir leid, dass ich gestorben bin. Jolly Joy. Äh, hat trotzdem Bock gemacht mit dir. Ähm. Warst ein guter Teammate. Ich adde ihn mal. Friend, add... Ah, ne. Ich will ja nur noch persönliche, äh... Freunde haben. Deswegen hab ich auch viele von meinen Freunden gelöscht. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann gebt doch mal eine positive Bewertung nach oben. Eine positive Bewertung nach oben, bitte. Ähm. Einen Daumen hoch. Und falls ihr nichts noch verpassen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Haut da rein. Und ciao, liebe Leute. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.